Bist du soweit? Ich denke schon. Cody, das sind Mr. und Mrs. Hobson. Hallo. Guten Morgen. Er mag Schmetterlinge. Das Zimmer ist schön. Ich denke, sie werden wunderbare Pflegeeltern sein. Wer ist das? Das ist unser Sohn Sean. Wo ist er? Er ist im Himmel. Und jetzt träumen wir schönes Cody. Gute Nacht. Was ist hier los? Sean? Ich schlafe nicht so gerne. Meine Träume. Was passiert denn, wenn du träumst? Die Träume von dem Jung werden wahr. Das ist unglaublich. Und wunderschön. Aber seine Albträume. Sie sind... Gefährlich? Tödlich. Cody! Er darf nicht schlafen. Wach auf! Wir haben doch versprochen, auf ihn aufzupassen. Nein! Ich bin wach! Ich bin wach! Ich bin wach! Ich bin wach! Kodi? Koch- Das war die véritin.